Und weiter geht's bei Kryostasis Schnauzebalzer Wie kriegen wir jetzt diese Tür hier auf? Keine Ahnung, aber wir werden es schon herausfinden Ich habe mich jetzt übrigens selber, das ist ein bisschen ungewohnt Ich glaube, da mache ich ein bisschen leise, so jetzt passt's Ähm, ja, gut Äh, hier ist es recht warm Null Aber wie kriegen wir die Tür hier auf? Ich habe null Ahnung Nein, ich brauche mir keinen Schnitzelbalzer Eissapfen Oh mein Gott Die sind kaputt gegangen Gibt's doch nicht Doch Ach, nee Das tut du Balzo, das Das ist Äh Falsch interpretiert Aber wie kommen wir da rein? Ich habe keine Ahnung, weisst du's? Ist nicht da, okay Also Leute, Balzo ist nicht da, ne? Oh fuck Oh fuck, wir verfliegen der fast Seht's doch nicht unsere Lebensanzeige Fuck Fuck Wir müssen schnell die Tür aufbringen, bevor wir erfrieren Vielleicht, ach so, Will Ja, okay, wir müssen da einfach runter auf die Knie Und Sesam öffne dich Ja, schön Für dich hört sich alles falsch an, Balzo Ja So, wo sind wir denn jetzt? Äh Ah, das tat weh Oh fuck Okay Ach, das war schon Das hätte ich ja noch im letzten Part machen können Naja Gut, dann überspringe ich mal den Ladebildschirm und dann sehen wir uns gleich wieder Und hier sind wir wieder, oder ich bin hier wieder Äh Wo sind wir denn jetzt? Ähm Was ist das? Oh mein Gott Denk dran Dich mittels der Wärmequellen warm zu halten Wärme ist im Spiel die einzige Quelle für deine Gesundheit Na gut, dann heilen wir uns einfach mal Oder wärmen uns Was weiß ich, ihr könnt euch ja sicherlich vorstellen, was man da äh sagen kann So, immer schön warm halten hier Können wir auch ein bisschen näher an die Fackel, damit es noch heißer wird Oh, heiße Fackel Hier ist etwas eingefrorenes Was ist das? Ah Oh mein Gott Oh mein Gott Ah Oh, du schon wieder? Ich dachte ich hätte mir schon den letzten Tag die Augen So Ich bin Witterling Klitschko Nicht Okay, äh Hier ist noch eine Fackel Was ist das? Boah Boah Run Boah 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 Oi, diese Fackel ist sogar noch Scheiße Drücke L-Maus um das Spiel vom letzten Jahr Nun gut, also diesen Wassersee oder was auch immer das war, habe ich völlig übersehen. Aber egal. Jetzt sind wir halt wieder hier. Na toll, okay. Vergessen wir, was in den letzten zwei Minuten passiert ist. So, also hier ist wieder eine Fackel, da können wir uns wärmen. Denk dran, dich mittels Jahr, komm. Oh, mir ist so heiß. Also, ich verbrenne. Nee, ich verbrenne nicht, mir ist kalt. Ja, ja, das kennen wir schon. Kennen wir schon. Kennen wir schon. Kennen wir schon. Ja. Es macht sich plötzlich so unkottes Arschloch mit einer... Der hat eine Brechsteine, habt ihr das gesehen? Ich glaube, ich muss gleich aufbrechen. Hahaha. Schön flach, Alter. Ja, ich weiß. Jetzt aber zur Fackel und ohne da rein zu fallen, diese Pampeter ist der Tod. Nein, ich springe nicht rein. So, ich habe keine Ahnung, was das Gable denn und diese Lebensanzeige ist. Anscheinend ist es die Haltbarkeit oder so. Ah, ja. Okay, das jemand kann werden oder so. Was ist das? Was ist das? Boah! Du schon wieder? Komm, geh zurück ins Wasser, da wo du hergehörst. So, und jetzt bleib da. Bleib! Guter Junge. Okay, äh... Hier müssen wir runterkriechen. Ah! Hier ist eine Fackel! Noch eine Fackel! Und die ist sogar noch Wärme, oder? Nein! Sie ist erlöschen! Okay, da hat man gerade ein festes Feuer und dann... Oh, erlöschen! Naja, was soll's? So, hier geht's hoch irgendwie. Hä? Oh, hi! Na, das geht! Warte, ich muss ja auch durch! Warte, 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 warte! Okay! Hä? What the hell? Okay, schnell wärmen, bevor wir wieder von einem Monster angegriffen werden. Äh, warum kann ich nicht aufstehen? Steh auf! Gut. Na, ich will nicht das da, sondern das da. Und bald zum Aufnehmen bei solche Witze, die höchst unamüsant sind. Uh, ach, ach, ach. So, äh... Ja, ich glaube, wir müssen da lang, wo dieser Zombiespartner herkommt. kam. Können wir, äh... Wir können ja auch rennen irgendwie, ne? Aber... Wie kann ich rennen? Egal, hier ist wieder so eine Vision. Okay, bin gespannt, was für eine Vision... Da, jetzt... Oh! Das war die Vision! Ich ersticke! Äh... Geilige Vision, Mann! Die ist so wie ich gerade. Jetzt wird er gleich sterben. Und das passiert auch. Was ist? Nein! 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 Ist man wieder hier! Oh Gott! Seufzt! So, als hätten wir. Jetzt ist uns wieder warm. Jetzt müssen wir das Ganze nochmal von vorne machen. Ich glaube nicht. Ja, komm! Ja, komm! Ja, komm, komm! Ja, ja, ja. Kennen wir, kennen wir. Komm her, Monster! Komm her! Komm her! Komm her! Ja, komm! Das ist... Hier ist ein Fackel. Rekord, wir müssen aufpassen, dass wir nicht fallen in das Wasser again. Äh, oder soll nicht. Ja, das kann ich auch verzichten. Geht zurück ins Wasser! Zurück ins Wasser! Da! Und jetzt, ähm... Nach unten. Ja, ja, komm! Richtig Fackelt und ihr löscht wieder, ne? Kennen wir alle schon. Äh, ja. Jetzt müssen wir zurück, glaube ich, oder? Ne! Nein! Was denn jetzt schon wie... Dieses Spiel steckt voller Gefahren. Scheiße! Dabei ist die Stelle doch so leicht. Ich muss besser aufpassen, wo ich hintrete. So! Ah! Und zum vierten Mal machen wir das jetzt. Zum vierten Mal? Fünften Mal? Keine Ahnung. Ich glaube, der Pass wird dann auch ein bisschen länger. Den werde ich dann morgen wahrscheinlich hochladen müssen. Also, wir sind dann, ähm, am... 17. glaube ich. 17. Da... Und so, ne? Ja, jetzt komm! Diese Stelle kann ich nicht irgendwie beschwingen. Hier spielt dieser Spaten mit seiner... Brech... Stange, oder was weiß ich, was das ist. Ah! Muss! Ventil! Grab'n! Grab'n Ventil! Grab'n! Got'n! Alright! Ich will jetzt mit dem Pokédex Ball. Ich will jetzt mit dem Pokédex Ball so. Ja, ich spiele das in dem Pokédex Ball. Ja, ich spiele das in dem Pokédex Ball. Das spiele das in dem Pokédex Ball. Ahah. Aber kein Let's Planet mehr machen. Wollen. So, dann... Ist die jetzt schon wieder. Ach so. Ja. Auch das ist diese Eisstelle, die bricht wahrscheinlich. Ach, deswegen ist da vorhin so Wasser gewesen, okay? Okay. Aha! Das erklärt, warum wir vorhin gestorben sind. Nun gut. Machen wir's hier durch vorhin. Vorsichtig. Und hier ist wieder dieser... Heini. Der kriegt jetzt auf den Schädel. Na ja, immerhin. Jetzt kommt er hoch. Und dieses Mal falle ich nicht hier wieder in diesen... ...eiskalten See da rein. So, hier. Vision starten. Epilatisch Anfall. Ohhhh. Löst sie. Okay, wo sind wir jetzt? Alle Flaschen sind leer. Ich habe es überprüft. Wenn sie also in der Nähe einer Lebensrettungsstation sind. Ich habe eine dort draußen auf einem Boot gesehen. Wenn sie sie finden, dann kommen sie her. Seien sie aber vorsichtig. Ja. So, wie steu ich das jetzt? So, das steu ich schon selber. Ich muss halt nur... ...leuchten. Ja. Ja. Boah, interessant. Hier ist es, wenn sie was vorhin gegrabt haben. Okay. Okay. Und bald so auf deine... Jetzt ja auch schon so Kommentare zu machen. Das nervt. Ich bin hier, der Kommentare macht. Ey. Es geht ab. Ich will ein Ventil. Kann ich das nehmen? Ne. Alter, jetzt rein. Jetzt kommentiere ich mit. Ja, du kommentierst jetzt mit? Ja. Kann ich auch noch mal so probieren. So, mein Senf da zu geben. Mein süßen Senf. Ach, da fässer auf uns zu schmeißen, du. Alter, Donkey Kong ist das Mann. Donkey Kong als Zombie. Und drückt abgeschreckt hat er. Soll ich das normalerweise kehren. Komm runter. Runter, das ist mein Boot. Abort. Abort. Alter, wo haust du hin? Ja, wo soll ich sonst hin hauen? Das ist... Und der... Der Gürtel. Was ist denn das Wort? Der Gürtel. Der Gürtel. Was ist denn das Wort? Weißt du was? Ja. Wirklich. Ja. Okay. Dann nehmen wir fest den Druck. Hey. Hey. So, ganz wohl ist mir nicht dabei auf die... Groß. Keine Waffe. Oh, hei. Ich bin gerade in einer Vision, wie du siehst. Ich bin der Kast und da hab ich meine Waffe nicht mehr. Äh. Bleib im Wasser, sag dich. Das ist so morgens. Dein, du musst ne. Das ist so morgens. Das ist so morgens. Wie soll das sein Obdatenlose, wo er die Scheibe beim Autofahren putzen möchte? Du bist Silvie ab und die bist trotzdem. Bleib im fucking Wasser! There's something in the water, there's something in the water. What the fuck? Die Kisten, die gehen aber ab, die Kisten. Das Spiel ist echt der Hammer. Jetzt haben wir hier selber ein Boot. Was ist das? Gut. Danko war einer von ihnen, und er war jung und stattlich. Stattliche Menschen sind immer tapfer. Und zu seinen Kameraden sagte er, mit einem bloßen Gedanken kann man keinen Stein aus dem Weg räumen. Nichts wird aus dem, der nichts tut. Warum vergeuden wir unsere Kraft durch Grübeln? Steht auf. Lasst uns in den Wald gehen und ihn durchqueren. Denn schließlich muss er irgendwo enden. Alles im Leben hat ein Ende. Lasst uns gehen, los! Sie sahen ihn an und erkannten, dass er der Beste von allen war. Denn in seinen Augen leuchtete eine mächtige Kraft und das Licht des Lebens. Führe uns, sagten sie, und so führte er sie. Okay! Was sagst du dazu? Keine Ahnung. Ich hab die Stolz noch nie so richtig verstanden. Ich auch nicht. Man ist als Spion irgendwie auf dem Schiff gelandet. Nach was weiß man nicht, sondern hier mach mal. Warum weiß ich nicht. Taschenlampe! Boah! Hey! Kapitän. Schwierige Strecke voraus. Wir sollten sie umfahren. Eine schwierige Strecke? Damit müssen wir klarkommen. Oder sollen wir den ganzen Tag verlieren? Wir werden bald mehr verlieren, wenn sie so schlimm ist, wie ich meine. Hören Sie. Meine Mannschaft kommt mit Schwierigkeiten klar. Insbesondere, wenn diese selten vorkommen. Schwierigkeiten sollten vermieden werden. Besonders, wenn es Alternativen gibt. Wollen Sie sagen, dass ich der Mannschaft nicht trauen kann? Es geht nicht um Vertrauen. Es geht um gesunden Menschenverstand. 20 Jahre am Polarkreis. Meinen Sie, das hat etwas mit Vernunft zu tun? Aber das hier ist eine echte Bedrohung. Sie haben wieder die Route benutzt. Es kommt auf den Routengänger an. Nicht auf die Route. Hören Sie auf meinen Rand. Schließen Sie sich ein, dann sind Sie sicher. Das ist verrückt. Zitat. Es kommt nicht auf den Routengänger an. Knauze. Ja, ja, ja. Wer so pervers ist wie du, der steht alles. Das ist die Wahrheit, was du jetzt schon wieder denkst. Ja. Ja, ja, und Team Rockets tut die Fleckmann Routen einfach so abschneiden. Azalea City oder was? Was? Noch nie Pokémon Crystal und so gespielt? Ja, hab ich das gespielt. Kennst du doch noch die Fleckmann Routen, oder? Fleckmann Routen, ja. Irgendwo hab ich's noch. Ja. Was ist jetzt da? Was war da? Da haut das Bad Boy. Ich seh's, ja. Richtig krass Gangster G-Style eine runterhauen. Das ist bloß die Fall. Wie kommen wir da runter? Ich hab' hier's ne Tür, ne? Gute so ne Taschenabgaben. Ohne hätten wir das wahrscheinlich... Ja, okay. Schwer würde ich nicht sagen. Tür antreten. Open the door. So, wo sind wir jetzt? Was hand da ich mit so komischem Ventil in der Hand rum? Das ist eine Waffe. Ja, sieht nicht so aus. Ich hab' hier auch ne Kette, aber die ist eher schlecht. Was, ne Kettensäge? Ne Kette, nur eine Kette, keine Kettensäge, nur eine Kette. Das ist ein Ackring, Alter. Mann, oh Mann. Wissen, nimm dir keine Facken mit? Keine Ahnung. Wiss ich eigentlich nicht. Wiss ich eigentlich auch nicht, naja. Wenn du so einen Müll mitnimmst, weiß ich auch nicht mehr. Hier mal das eiskalte. Du bist tot. Nein, bin ich nicht. Hä? Wo geht's denn da jetzt weiter? Hier war doch irgendwo so ein Spaten, so ein Bad Boys, sag, ne? Bad Boys, da unten auf der anderen, auf Vorebene. Ich geh' hier hin, wo weiter? Hallo? Nö. Ich geh' mal zurück, auf die Vorebene. Obwohl, wo bist du? Da bist du. Vielleicht ist hier oben was, mal schauen. Ich sag' die Stelle irgendwie was. Ich hab's mal angezocktes Spiel. Aber die sagt mir irgendwie was. Okay. Dann musst du da mal in den Heizraum anschmeißen, ja genau. Ah, da kennt sich wohl noch niemand aus. Dann wird's hier warm. Komm, ne? Okay, stimmt's nicht. Echt? Ja. Aha, das Bad Boy. Hallo, die Bad Boy. Hallo, die Bad Boy, ja. Hallo, Mädchen. Was wollen Sie? Ich weiß, das wird viel auf seine Schnauze. Das ist ein Milukon-Titel. Na, hier können wir uns wärmen. Na, Parten-Generator. Höh! Was wüsste ich auch wärmen. Das ist meine Wärme. Das ist da auch nicht von dem Kerl. Hey, was machst du da? Das ist ja. So, noch vier mal zu denen. Na komm her. Nein, bleib da. Ich will mit dir kämpfen. Ja, aber nicht. Die fühlen uns wahrscheinlich irgendwo zu einer Falle hin oder so. Ja, genau springen wir runter. Bring dich auch nicht um. Ein paar Knochenbrücher haben noch niemanden geschadet. So. Wo sind wir jetzt? Oh mein Gott. Die Tarnik. Ja, genau zu diesem Anlass mag ich ja dieses Let's Play. So weiß ich. So. Äh. Also wenn man da drauf klopft, hat man wahrscheinlich Handschmerzen für die nächsten zehn Jahre. Aber egal. Hier ist wieder so ne Vision. Ne da ist ein toter. Hallöchen Toter. Boah Headshot. Hab in den Kopf rein. Aghine. Schon dort Action. Ach so, man. Das ist eine Action-frequenz. Schnell alle Klammern oder was ist ich das aufmachen? Das sind hart verächtig. Knoter. Oh, oh, blub, blub, blub. Hm, vielleicht geht es ja noch einen anderen Weg. Mal schauen. Hey, was sind wir denn mit dir? Was habe ich denn da? Ah, jetzt muss ich es glaube ich auch machen. Ich glaube, das verschafft uns ein bisschen Zeit. Ja, wir gehen auch. Schnell, schneller! Nein! Oh, hier ist noch eins. I'm going to go! Oh, hey, hey! Jetzt hast du glaube ich eine neue Waffe. Eine Türklinke. No! Nicht! Das ist ja eine Vision, ne? Da hat mich ja gefreut. So, wo sind wir jetzt? Hier ist ein dunkler Raum. Oder kommt, ne, da kommen wir her. Dank Secrets! Na ja, genau. Jetzt haben wir ja durch die Vision die Tür hier aufgekommen. Bam! Ich denke immer, dass man die Dinger mitnehmen kann. Aber wir haben ja schon alles in der Hand. Ich habe es in der Hand. Das Ventil liegt in deiner Hand. Genau! Genau! Hier ist eine Tür. Ah ne, hier war auch wieder so. Das Ding ist eingefroren. Das! Du musst auch wieder so ein Granatuier anwerfen irgendwo. Da kann ich mich noch erinnern. Irgendwo muss dann ein Einschalter sein. Der war ziemlich versteckt. Okay. Ja, war wirklich so. Ich habe da so verfickt lang gesucht. Okay, sorry. Ich habe verfickt. Aber ich habe schon wieder gesagt. Vielleicht... Ein geheimer Raum für Bösewichte. Eine Wünschelroute, ein Stock. Es ist egal, denn es ist nicht materiell. Nur man selbst zählt. Sagen Sie zu sich selbst, dass Sie Wasser finden wollen. Senden Sie diese Gedanken durch die Route und das war's. Es funktioniert am besten, wenn man allein über Felder und durch Wälder streift und seinen inneren Sinnen folgt. Wenn man aber von einer Menschenmenge verfolgt wird, ist es schwierig, Wasser zu finden. Deshalb suchen viele gute Routengänger zu ungewöhnlichen Zeiten im Geheimen nach Wasser, um ungestört zu bleiben. Ich würde auch gerne mit meiner Wünschelroute... Schnauze! Du nicht? Nein! Auf der Suche nach Wasser. Da wäre sie Sau! Wieso? Wieso hast du die Wünschelroute da? Hat ich gerade erklärt. Oder grob eingeschnitten. Ist das jetzt offen? Ja, ne? Ja. War ja vorhin geboren. Die Ding! Okay, dann beende ich mal den Part und sage ich bis zum nächsten Part von Crea Stasis. Bis dann! Servus! Pa! Vielen Dank.